Alter, bei mir ist grad so gehängt, ich hab gedacht, die Flieger sind spiel, ey. Ein Kumpel von mir hat gestern mit seinem Handy hat's Bock gespielt, der Robin. Der ist irgendwie nach Hamburg gezogen oder so. Alter, ich hab mit dem Quitten-Player-Typ gespielt, ne? Ja. Bei mir auch. Ich hab am Sonntag mit dem gespielt, da warst doch du auch kurz mit drin, oder? Da bist doch du offline gegangen. Ja, kann sein. Ah, eine Runde, ne? Ja, genau, ich hab mit dem eine Runde gespielt. Und dann hab ich zwei Runden gespielt und in der zweiten Runde hat's angefangen, die Runde. Dann hab ich gesagt, ja, ich geh schnell pissen, bevor die Runde gestartet hat. Wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe, seh ich, dass mein Wasser am Boden ist, dann ist meine Waschmaschine ausgelaufen. Was ist das, was? Meine Waschmaschine ist ausgelaufen. Die Waschmaschine ist im dritten Stock bei mir und im zweiten Stock ist das Wasser von der Decke getropft. Achtung, Traum treibst du auf das Klapp. Ich geh dann. Verstanden. Der ist da, der ist da, der ist da, dem lauter Kult. Lauf. Fack, jetzt hab ich mit der Drohne gerade rausgehauen. Feldaufrüstung, hier. Der wurde gekickt von irgendwo. Ja, am lauter Kult. Ah, bei mir läuft der, bei mir läuft der, vor mir. Alter, die PKM ist so krank. Da habe ich abgeschossen, von rechts, bei dem Durchgang. Alter, wie viel Geld an der Kult. Jetzt kommt er, er kommt raus, Achtung. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Wie seht alles andere sind laut? Leise, leise, leise. Der ist da drinnen. Markiere Wegpunkt. Negativ. Vergesst, was ich gesagt habe. Da kommt noch wer anders. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich dachte, der Klass, der kommt auf uns. Da drinnen ist der Klass, der kommt auf uns. Kann ich dir helfen? Ah, dann hüpfen wir. Ah, genau wo ich mich hoch holte. Ah, Alter. Ah, er schaut die ganze Zeit nicht. Und dann, wenn ich mich hoch holte. Jetzt ist mein Muni ausgegangen. Ich glaube es nicht. Ich hätte beide gehabt wieder. Fuck. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Warte. Okay, erst an die Front. Das hast du dir verdient. Gut, dass wir Lautart nicht genommen haben, ne? Ja.